Tutut, Tutut, Dankeschön für den Eifel. Ich mach auch Tutut. Ich mach nicht Tutut. Nö, ich kann auch nicht Tutut machen. Vielleicht die schon hab alle. Ach, Menno. Huch, frag mich doch nicht über den Haufen, ich hab's genau gesehen. Wir haben uns sogar aufrecht hingestellt an dir. Ausnahmsweise mal ganz unschuldig. Ausnahmsweise ja, das stimmt. Jetzt hab ich eine Reifenspur am Hinterkopf, ich hab's genau gesehen. Das schmückt ungemein. Das ist das neue Schick. Nur noch so 5,5 Kilometer. Ja, wenn dann so viele auf einmal, das... So, jetzt sind die Befehle wieder aktiv. Ich geh rein, bis Grit kommt, ich hab kein... Ja, ich bin gerade noch so ein bisschen... Ihr könnt befehlen, was ihr wollt. Nee, ist scheißegal jetzt. Einfach erhöht stehen bleiben, bis alle da sind, ja. Ja gut, das ist so mitten auf dem Feld dann meistens ein bisschen schlecht sich irgendwo erhöht. Aber guck mal, du hast gesagt, runterkommen. Liefer ein Fahrrad. Das haben wir Fahrrad geliefert gekriegt. Kriegen wir noch eins? Da waren wir zwei dann. Ach, wir haben... Das sind Fahrradteile. Fahrradteile? Das sind Fahrradteile. Dankeschön. Dankeschön, Rebecca. Klasse. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich bin nass, es regnet doch gar nicht, wieso bin ich denn nass? Hallo Philipp, danke schön für dein 17 Monat und Happy Birthday an die Frau. Genau, ganz liebe Grüße. Fahrzeuge liefern sind immer Teile, okay, dann wissen wir das. 2,7 Kilometer, also ich bin gleich zu Hause. Jetzt steht hier auch ein Tod bei mir. Ja. Auch lavisinchen. Auch rausgeflogen, oder? Nein, sie muss, es macht dir heute keinen Spaß. und die muss auch dauernd rufen. Ach, heje. Na, dann dir auch auf jeden Fall gute Besserung, wenn du erkältet bist. Also das mit Twitch-Integration werden wir nicht immer machen. Wenn das der Grund sein sollte, warum Miri rausfliegt, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, nee, nee. So, ich bin gleich zu Hause. 1,9 Kilometer. Okay, okay, Fülle. Ich bleib jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Cool. Jason hat gesuppt, giftet 5 Subs an. Oh, das kann ich nicht mehr lesen. Biene, Sabinchen, Roofer, hab ich noch gelesen. Der Hypetrain ist da? Nein. Ach je. Du hast Spezialmunition. Ja, aber hinter dir ist auch eine Kiste. So, was ist denn? Wieso kann ich die nicht öffnen? Wenn die für dich ist, ist die eingefärbt, Mann. Ja, da ist Sprit drin. Was ist ein Truck? Nee, die Autoteile, oder was? Vier Truck Fahrwerk hab ich gekriegt. Aber die hab ich ja nicht. Oder behalte ich die Dinger? Behalt doch mal. Oder was meinst du? Beringer hat 100 Bits gespendet. Beringer, selbst wenn du 10.000 Bits spendest, dass ich gestorben bin, das kann man nicht bezahlen. Das kann man nicht bezahlen. Naja, naja, das gehört ja zu diesem Spiel. Das wollte ich gerade sagen. Es ist natürlich jetzt doof, aber es gehört in gewisser Weise ja zu. Wenn man bei dem Spiel nicht stirbt, dann, also, das kann ja nicht sein. Alles, was ich im Inventar habe, behältst du. Okay. Dann haben wir einen neuen Motor, falls uns doch nochmal was weg... Ja, ist doch sehr schön. Weg. Wieso ist hier nicht eine Schreierin? Was ist denn hier los? Komisch, komisch, komisch. Ich bin beim Händler. Ich bin gar nicht nach Hause gefahren, die stumme Kuh. Oh, hier längst geht's nach Hause. Noch mehr Waffen. Alles. Sonja, oh Gott. Das ist ein 1er. Ja, was ist das denn? Hyperventilieren, ein M60. Wo bist du denn auch? Ich weiß gar nicht. Inne drinne. Da unten, da, ja, richtig. Ich habe ein M60, Level 1er, aber ein M60. Ja, cool. Mein Traum. Was ist das denn? Ich habe noch, Grit, ihre 6 Würfel. So, ich bin zu Hause. Ich schließe jetzt auf. Dankeschön für die 100, 500 Bits. Dankeschön. Nein, du warst es. Alles gut, alles gut. Kuru giftet noch ein Zapf für, äh, für Stepan. Jawohl. Dankeschön. Also, jetzt müsste er offen sein. Ich tue auch gleich mal tanken, Bissi. Ich gehe davon aus, dass meine Grafikkarte manchen Gebäuden überfordert. Das habe ich tatsächlich auch, dass meine Grake, ich denke, durch Stream und alles. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ich fahre, Ritt fährt vor und wir fahren hinterher. Ja, weil wir schwank machen. Wir haben ja unsere beiden Motorräder, müssen wir ja dann mitnehmen oder was manche. Stecken wir eine Tasche. Oh, Kiste. Äh, ja. Hier ist eine Kiste. Von, äh, von Vicky. So ein Reparatur-Kit und Seitzender-Munition. Sehr cool. Ja, sehr gut. Dann können wir ja aber auf dem Weg die Quest noch schnell abgeben, hä? Das musst du fahren. Nee, 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 nee. Können wir erst kurz die Quest abgeben oder morgen? Dann können wir abgeben, ne? Ja. Ich würde dich gerade sagen. Dann können wir die kurz abgeben und dann fahren wir nochmal in die Wüste zurück. Mal, bis es weiter weg macht, den Wagen. Hat er nicht schneller? Ja, nee, nicht schneller. Und der hat die Speedmutter drin, Manulein. Echt? Na, nein, 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 nein. Buch, aua, Buch. No, nee, das ging man schon hin zu. Das kommt vielleicht auch so vor, wenn man selber nicht fährt. Aber ich mache keine Sights-Sign-Tour. Ah, nee, das ist toll. Ah, das kommt einfach so vor. 3 oder der Klingel er hat sich nicht ganz normal halte ich am Sitz fest nicht dass er davon fliegt ja ja wir sind schon da da habe ich mich jetzt um ein Ohr ich hab tief durchgehalten wird es tut mir leid aufschlag zündern nämlich mache ich nicht ich nehme den ausschlag zünder munition abschließen was ist denn eine fliegende kiste ist cool oder stahl ist cool immer große löcher raketenwerfer antibiotika abschließen was ist eine fliege schon erfahren da haben wir noch eine damals neu noch eine stunde ich habe noch eine quest du hast noch eine quest das hat man auch noch eine quest manu könnte noch eine kleine quest annehmen ach so also ihr habt keine warte mal meine vierer an dankeschön für deine 200 bits abholen säubern beseitige zombies ja hier ein kilometer kommen jetzt aber da ist garantiert wieder die videothek manu was steht dabei guck mal haus haus und oder dann okay dann ist es nicht die video angenommen ja das ist weiß dass die villa ja ein kilometer ist bei uns dass die wir machen die erst nachdem wir die motorräder geholt haben jetzt erst mal die motorräder wenn jetzt eine frage wenn jetzt mama aus dem spiel raus ist kannst du noch mal versuchen zu spielen so lange ich mit auto durchkommen ja ja ich wollte kann ich habe jetzt vergessen dass du im truck sitzt tut 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 danke schön ich mache nicht tut tut ich kann auch nicht tut machen wenn ich die schon habe alle hat mich doch nicht über den haufen ich habe es genau gesehen wir haben wir haben uns sogar aufrecht hingestellt an die ausnahmsweise mal ganz unschuldig ja das stimmt habe ich eine reifenspur am hinterkopf ich habe es genau gesehen das schmückt ungemein dass das neue schick noch 5,5 kilometer natürlich das war keine gute idee nicht zwischen dem langfahren dass wir jetzt irgendwie auf der strahle auf die strafe kommen kommt jetzt ein bisschen gehügel gelände fahrt hier ich glaube hier kommt irgendwo eine strafe warte mal hier kommt jetzt eine strafe ist ein bisschen wie ich ein häusken haben wir erstmal wo müssen wir denn eigentlich hin warte mal ich hab mich verfahren wo ist mein wegpunkt hin hier links entschuldigung aua aua hier links aber hier vorne ist auch ein weg ok aber hier können wir auf dem weg fahren auf dem gästchen auch eine reisetablette immer noch kein rosa spruchbeutel bleibt doch da aber jens kommt das nicht schon mal vor jetzt müssen wir tatsächlich mal 4,5 kilometer die twitch integration ausmachen weil das ist ja doof wenn die leute aber daran kann es eigentlich nicht liegen daran kann es eigentlich nicht liegen wir müssen hier jetzt aber doch nochmal durchs gemüse da vorne ist aber wieder eine strafe glaube ich oder was habe ich gesehen in der ferne vielleicht bin ich auch mit blindheit geschlagen wahrscheinlich das war ein kaninchen oh mein gott das hat gequitscht das haben wir nicht gehört bei den motorgeräuschen ach so ja gott sei dank jason schreibt er hatte noch nie selber probleme wegen der integration würde mich sehr wundern also ich würde gerne mal das mili einmal rauf geht wenn lavisinchen nicht drauf das würde mich jetzt mal interessieren ja 3,7 ich bin kein kaninchenmörder du siehst aber den großen stein dort oder das ist gut ich habe keinen stein gesehen gritte hat uns für die rallye monte carlo angemeldet ich glaube auch kaffee marsch geht sofort los wenn ich die lenkrad aus der hand gebe ach nö ach nö man nur ein wenig fahren ich soll fahren oder was nee nee das wäre ja gleich da hoffentlich 1,2 kilometer 3,2 kilometer ja komm da fahr ich mal kannst du Kaffee trinken bremsen 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 oh das war immer wieder eine karte geschichte hier das ist schon lange her manu das macht spaß auch mit dem truck es ist ein bisschen schwieriger kaffee marsch aber es macht spaß ähm Leute guckt einfach bitte wir haben Sprechwerbote hallo juhu hallo kann что ach starke oh guck und Oh, 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 oh. Gute Nacht, liebe Sonja! Gute Nacht, liebe Sonja! Oh, gute Nacht, Dani! Weißt du, sag Sprechverbot und haut ab, wa? Gute Nacht, Dani. Der Endspurt für dieses Jahr läuft bis morgen. Oh, schön. Ja. Das ist ja cool. Ich hab's heute geschafft. Ich hab's heute geschafft. Da bin ich auch sehr froh drüber. Aber so ein bisschen Urlaub und Freizeit. Wobei jetzt hat er doch noch dies und das vor Weihnachten zu erheben. Aber Gute Nacht hat schon Punkte abgerufen. Awe! Guck, jetzt sind wir bei Miri und Lavi. Jetzt sind wir bei Miri und Lavi. Jetzt sind's noch exakt 2,0 Kilometer. Oh, nein, nein, ne? Das ist leicht weit. Ja, sechs Kilometer waren das. Das ist schon, das ist schon, das ist schon viel. Sagt, sie sagt, gibt Sprechverbot und sagt, tschüss und wir können sie noch nicht mal verabschieden. Das ist typisch. Ja. Ich höre keine Motorgeräusche, aber den Regen. Ja, den Motor höre ich jetzt auch nicht mehr. Eben habe ich so ein Knattern hinter mir. Manu, du bist noch hinter mir. Ja, wir sind hinter dir. Ja, und auf der Straße lässt sich's ja ganz gut fahren. Was stehenbleiben? Achso, das ist aber nur, wenn ich laufe. Ich bleib jetzt im Auto. Mach dir keine Sorgen. Stehenbleiben, so. Gehenbleiben, nein. Wir sollten mit dem Auto direkt neben die Motorräder bremsen. Das werde ich tun. Ich habe nämlich genau da an den Motorhänden den Wegpunkt gesetzt. Was kommt jetzt schon wieder? Es hat geblöckelt. Irgendwas kommt. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe was gehört. Warnung fahren. Ja, ich fahr. Gut, falls alles überfahren. Ja, ja. Gar kein Problem. Ich mache keine Gefangenen. Ich überrolle alles. Alles weg. Alles weg. So, jetzt müssen wir einmal hier längs. Geier haben wir vielleicht. Und einmal hier längs. Und dann sind wir gleich da. 700, 600 Meter. Das war hier hinter dem... Hier ist der Händler. Waren wir bei dem Händler? Nein. Ach, da hätten wir vielleicht auch mal noch Lucky Lucky machen können. Na gut. Ah, ist jetzt mal. Too late, apologize. So, hier sind wir gleich da. Hier irgendwo. Nein. Sehr gut, du machst das sehr gut. Sabinchen! Nein, was macht denn die ganzen Steine hier? Nein, das sind die Steine, das sind die Palmen. Sabinchen, schlaf gut. Hier liegen eure Motorräder hier. Du hast Sunshine über Discord geschrieben. Alles klar. Super. Sabinchen, ich schau nachher mal. Dann kriegst du dann die Zugangsdaten, ne? Hallo. Ich schau nachher mal, Sabinchen, okay? Gute Nacht, ich melde mich dann. Ja. Wohlbehalten. Bis an eure Motorräder. Hier. Oh Gott, was jetzt? Wütendorf Mopsi, was ist wütend auf Mopsi? Geht da. Wer ist so, erfahren? Hier. Geben schon mal die Knarre in der Hand, wer ist wütend? Oh, ich weiß es nicht. Oh. Oh. Oh, dann packen wir ein, ne? Genau, mit mir. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, 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 aber hier kommt nix. Äh, wie packe ich das in ein, so, ne? Oh, oh, oh. Oh, ich fühl mich wie... Autsch. Wieder komplett. Guck mal den Mond an, ist das nicht geil? Der Mond ist auf. Da ist eine Kiste, eine Kiste. Das Problem ist, dass ihr, ähm, wenn im Metall langsam voll geht. Oh, Jason, das ist aber süß. Komm mal einer auf. Ähm, kann ich mal meine... Nee, kann ich nicht. Ja, na, hau doch auf. Kann man die nicht aufhauen? Nee, wir können... Wenn da jemand dran ist, geht nicht. Ich kann's nur du nehmen, wahrscheinlich. Oh, ich bin voll, bis anschlag. So, hab ich. Gut. Okay. Kann ich jetzt den Wegpunkt wieder wegmachen? Und, äh, Manu kann ihre Quest, warte mal, ihre Quest freigeben, oder nicht? Ja. Die ist bei uns, ne? Ja, die ist bei uns. Unsere Drohnen, was ist mit unseren Drohnen? Schau mal, ich geb die mal frei. Warte mal. Warte mal. Sind unsere Drohnen nicht da? Meine hab ich. Meine, was ist eine Drohne da? Also nicht. Ist nicht da? Raus, du, Foodmars. Was ist das? Oh, erschreckt. Ich hab keine Ahnung, was ist Foodmars. Was ist das? Hab ich dir jetzt geteilt? Nee, das ist die Drohne. Ja, nur ihre Drohne. Wo ist meine? Warte mal, ich muss mal nochmal da hinten hin. Ich glaube, meine Drohne ist da irgendwo. Wo? Hier, wo du gestorben bist. Ja, das kann sein. Warte mal, das war hier. Hier ist ein Halbi, aber das ist mir lustig. Ich hab schon wieder vergessen, wie man das Teil teilt. Wegen der Mond ist aufgegangen. Ja, nee, das ist ein Kinderlied. Das ist ein Kinderlied. Kann ich jetzt sagen? Oder? Der Mond ist aufgegangen, ist ein Kinderlied. Keine Ahnung, wo das jetzt so plötzlich herkommt. Manchmal hab ich das im Kopf und... Hier ist ein Kannecke. Ich hab gedacht, das war Drohne. Nein, war's nicht. Ach, jetzt seid ihr weg, oder was? Nein, ich muss meine Drohne suchen. Daher, wo ist meine Drohne hin? Siehst du sie aufm Kompass? Ja, sehe ich. Da. Droni, mein Baby, komm mal her. Mama repariert dich. Nee, muss ich doch, muss ich. Darf ich so. Nein, nein, ich hab nichts getötet. Ich hab das Kaninchen gesehen. In dem man die Quest halt, das ist schon... Auf I? Ja. Und oberhalb der Quest hast du so ein Männchen, in Gruppe. Nee. Also ganz oben drüber doch, da ist an, aus. Und in der Spalte ist so eine... Es sind so mehrere kleine Männchen. Wenn du da drauf gehst, teilst du die Quest, Mama. Bei I? Da sind Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Und dann bei Quest hast du in der oberen Leiste, 1, 2, 3, das vierte Zeichen sind so Männchen. Und dann kannst du deine Quest teilen. Wenn du die anwählst und da oben drauf klickst, dann teilst du die. Ich hab einen Kompass, eine Karte und ein Ausrufezeichen. Du musst das anwählen einmal. Was? Auf die Quest draufklicken. Ja. Und dann müsste das Männchen da sein. Nein. Aber du bist bei uns in der Gruppe. Gib dich nach Household 2.01. Ja, ja, das ist die Villa bei uns. Das könnte für uns nützlich sein. So. Jetzt. Bei mir ist das verzögert. Warum ist das so verzögert? Das ist eine gute Frage. Ich hab was gehört. Ja, lief ein Kiste, Moni. Dankeschön, Miki. Ich will. Ach, Stab. Hast du geteilt, Manuel? Nee. So. Das hab ich ja. Das steht oben in der ersten Zeile müsste, dass er drinstehen. Oder rechtzeitig. Ich hab einen Kompass, eine Karte und dann ein Ausrufezeichen. Aber du bist doch bei uns in der Gruppe. Und daneben ist nichts und dann eine Lupe. Ja. Ich hab keinen... Hat er angeklickt vorher? Ich hab das genauso wie du im Bildschirm. Oben mein Bildschirm. Man sieht genauso wie deiner. Ja, ja, ja. Kompass, Karte und das Ausrufezeichen. Ja, das ist ja merkwürdig. Normalerweise müsste da... Mensch, klein. Ja. Sonst machen wir sie nur mit und Manu gibt die Belohnung ab. Ich muss mich einmal ausloggen oder sowas. Lass uns erstmal hinfahren. Ja, genau. Lass uns erstmal fahren, fahren, fahren. Weil ich trau den Leuten hier, soweit ich will, fand. Nach Hause. Wo ist denn unser Zuhause? Da in diese Richtung. Hui. Hui, au. Nein, die ist in Richtung. Ich sehe unser Zuhause gerade. Oh, Richtung Osten. Ach, das ist unser Haus. Das ist okay. Incoming enemies, prepare for conflict. Ich habe es mal auf Quelle gestellt, war auf automatisch. Ja, das ist das. Ich streame gar nicht so hoch skaliert, nämlich. Tatsächlich streame ich gar nicht so hoch skaliert. Wo fährst du denn hin? Ja, oder? Ach so, fährst du, okay. I understand. I understand. Auf der Straße, nach dem Osten. Auf der Straße, nach dem Osten. Oh. Ja. Ich habe Eisfüße, Leute. Ich habe echt kalte Füße. Den Händen haben wir schon mal markiert, ja. Ja, das ist, da waren wir jetzt. Ja, ja, ja. Ich brauche ein Ju. Da könnten wir, hier könnten wir auch eine Fünfer, ach so, ne, das bringt ja nichts. Ich wollte gerade sagen, hier können wir auch eine Fünferquest annehmen, ist ja auch Ju. Da haben wir ja sowieso schon. Hm. Tschidi. Oh, no. Ich würde sagen, ich logg mich gleich einmal aus, wenn wir zu Hause sind. Biri, hast du... Wart mal auf euch, Mann, euch hinter mir? Ja. Ich glaube, dass du vielleicht mal einmal einloggst. Okay, beide. Tada. Ist halt die Frage, hier längs oder da längs? Ich würde sagen, hier längs. So. Da, hier. Ja. So halt. Eigentlich auch so lang. Oh, jetzt wird's nebelisch. Der Nebel des Rauns. Das ist aber jetzt keine Dings, oder? Alles. Wie, alles. Ich hab nur noch den Malus. Mach erstmal Licht an. So geht das. Ich kann hier nicht im Dunkeln rumdackeln. Den werden wir auch noch ne ganze Weile haben. Also ich mein's. The fuck. So, den, den... Ja, ihr müsst, äh... Ach, was ist das? Ja, wir müssen Zombies haben. The fuck, genau. Ja, jetzt schreien sie doch nicht so, junge Frau, mitten in die Nacht. Ihr seid auf der Straße geblieben, oder? Ja, auf der Straße. Oh, warte mal, man, wir machen mal kurz. Nein, nein. Nein, nein, das gut ist gut. Nein, ich mache das jetzt nicht mehr. Also, nixen. Wir bleiben jetzt zusammen. Auch wo Mama rausgewiesen ist? Wer ist wo rausgewiesen ist? Wir werden gleich nachher, bevor wir rausgehen, werde ich nochmal was mit Miri versuchen. Wir werden zum Schluss, die letzten, weiß ich nicht, 20 Minuten, werden wir die Twitch-Integration ausstellen. Und dann werden wir mal gucken, ob Miri dann was reißen kann. Aber so lange lassen wir es noch an. Wer ist hinter mir? Ah, nun.